Du wünschst dir einen speziellen Versiegler, der auch problemlos deine extravaganten Nail-Art-Varianten schützt und zum Glänzen bringt? Hier ist er, der Jolifin Spezialversiegler. Der perfekte Abschluss jeder gelungenen Modellage ist eine strahlende Versiegelung. Der Jolifin Spezialversiegler wird direkt mit dem Pinsel aus der Flasche aufgetragen und entwickelt nach dem Härten einen schönen Glanz. Leicht auftragende Nail-Art wie Strasssteinchen oder Nail-Art-Ketten lassen sich durch die zähflüssige Konsistenz des Spezialversieglers optimal einarbeiten. Der Versiegler härtet ohne Schwitzschicht in der UV-Lampe aus. Daher muss zum Schluss nicht mehr gecleanert werden. Zum Aushärten benötigt er 2x2 Minuten. Zum Entfernen eignet sich acetonfreier Nagellackentferner. Eine ausführliche Übersicht aller Versiegler findest du in unserem Online-Shop. Ich wünsche dir viel Spaß beim Ausprobieren. Bis bald, deine Anna. Pretty Nail Shop. Jedes Mal ein Päckchen Glück.